Mit Nachrichten 50 Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Jedes einzelne kann eine Millionenstadt mit Strom versorgen. 1985 soll in der Bundesrepublik die Hälfte des dann benötigten Stroms, bei spätestens 15% des gesamten Bedarfs, aus Atomkraftwerken stammen. Dazu müssen in diesem oder spätestens im nächsten Jahr für 13 weitere Wester-Stadt- und Baugenehmigungen erteilt werden. Der Bundesrepublik hat der nächsten 10 Jahre errichtet werden als Einkraftwerker im Ausmaß von viel bis ganz lang gestört worden. 3.000 Wendern 1.000 Wendern 1.000 Wendern 2.000 Wendern 1.000 Wendern 2.000 Wendern 2.000 Wendern 3.000 Wendern 3.000 Wendern 3.000 Wendern 3.000 Wendern 3.000 Wendern Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020